Alle, die gerade bei Twitch dabei sind, kurz noch Geduld und dann könnt ihr auch joinen und könnt dann eben bei Creeplash 2, was wir heute spielen, dann auch abstimmen und eben mit dabei sein und den Ausgang dieses Spiels natürlich maßgeblich mitgestalten. Ah, wir sind vollständig und damit können wir den Code zeigen. Ihr dürft also jetzt gerne euch mit diesem Code einloggen, D-O-F-Z und dann den Namen noch drunter schreiben und dann seid ihr mit drin und könnt dann gleich bei uns fünfen abstimmen, welche Wortvervollständigung euch am besten gefällt. Ihr könnt also ab sofort ins Publikum joinen. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit. 21 Leute sind schon mit dabei, das geht jetzt ganz schön nach oben. 30. Alle rein! Kommt gerne vorbei. Ich weiß gerade nicht, wie viele Leute zuschauen, aber da geht noch ein bisschen was. Ja. Ah. 400 fast. Ja. Krass. Cool. Okay. Also einfach auf diese URL jackbox.tv und dann D-O-F-Z eintippen und dann seid ihr mit dem Publikum und könnt dann direkt im Browser oder halt auf dem Handy dann entsprechend mitbestimmen, wer von uns gut performt. Ich würde sagen, wir warten noch fünf Sekunden. Vier, drei, zwei, eins und wir gehen rein in das Spiel. So. Wir spielen die deutsche Version übrigens. Willkommen. Ich bin euer Moderator Schmitti. Meine Stimme ist in diesem Exemplar des Spiels inbegriffen. Völlig ohne Aufpreis. Ich glaube, wir sind gerade genug Leute, um eine Laola zu machen. Aber lassen wir es lieber. Schade. Zeit für die erste Runde. Auf euren Geräten werden zwei Prompts angezeigt. Diese könnt ihr so clever oder unclever beantworten, wie ihr wollt. Dann entscheiden sich alle zwischen eurer Antwort und der eines Mitspielers. Je mehr Leute eure Antwort wählen, desto mehr Punkte kriegt ihr. Los. Okay, schauen wir mal. Das wird interessant, glaube ich. Oh Gott. Achtung, Publikum. Solange ihr auf diese unangenehmen langsamen Spieler wartet, versucht euch doch an der Mitspielfunktion. Hm. Das ist... Oh Mann, ey, da muss man jetzt so wieder kreativ sein. Verdammt. Also wir filmen gerade die Vervollstelligungen aus, die ihr dann später im Chat abstimmen könnt, über jackbox.tv. Ähm. 200. Ja. Das ist klatsch. Ich bin nicht kreativ heute. Also nur heute. Ich habe gar keine Ahnung. Ich sage es auch schon. Ich bin schon fertig, ey. Aber dafür ist es nicht gut. So schlafen hier immer alle Tiere. Ach, steig. Na gut. Ey, Halbarm. Oder es müsste Axel gewesen sein, oder? Oder bin ich jetzt dumm? Oh, Axel. 250. 250. Danke. Und danke für den nächsten Markstreifen. Freue mich. 2.200. 500. Das wird ein langer Abend für dich. Ihr müsst euch beeilen, ihr Lieben, ne? 13 Sekunden nur noch für eure Antworten. 10 Sekunden noch. Bitte schnell abschicken. Go, 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 go. Hä? Nutzerquip. Ich habe abgeschickt. Karten auf den Tisch. Eigentlich. Okay. Das vermachst du deinem schlimmsten Feind, wenn du stirbst. Ihr müsst jetzt abstimmen, was euch besser gefällt. Auf jackbox.tv. Halt auf den Tisch. Oh, was? Oh. Oh. Oh, knapp, knapp, knapp. Linus gewinnt die erste Runde. Kreativ. Kreativ. Hier ist der Nächste. Was Hummer denken, während sie gekocht werden? Zeit abzustimmen. Man weiß natürlich nicht, wer die Antworten gegeben hat. Das ist natürlich das Schöne an dem Spiel. Ich hab mein Territ. Oh, schade. Minus gewinnt hier, ey. Der Hose gewinnt, entschuldigt. Der Stahlhose gewinnt. Stimmt. Auf die Plätze, fertig, abstimmen. Der Hose. Der Hose. Der Hose. Der Hose. Der Hose. Gibt nochmal 250, ja. Der Nächste. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ach nein, es ist nur... Ach, es gab mehrere Sachen. Jaja, du musstest zwei, zwei, zwei Themen hat jeder bekommen. Ach so. Zwei Themen. Ist nicht so schlimm. Wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr... Du hast ja schon zwei, oder? Was? Stimmt jetzt ab. Was? Was? Oh Gott. Ups. Aber ein geiles Spiel als Secret of Mana. Auf jeden Fall. Hast du das Remake auch gespielt? Ne, ich habe das alte damals. Der Notfall... Okay. Die Punkte... 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 Das war's. Schauen wir uns die Punkte... Ach, das war ja erste Runde eins, stimmt ja. Da kommt ja noch mehr. Dann kommt noch mehr, ne? Wie viele Runden sind das? Ich glaube drei? Na... Oh. Okay. Ach so, okay. Ich dachte, man hat nur ein Ding. Jetzt finde ich zweimal was. Genau. Die dritte Runde ist nochmal komplett anders, als das, was wir jetzt machen. Okay. Jetzt geht's los. Die Zuschauer dürfen gerne die Mitspielfunktion für das Publikum nutzen, solange wir darauf warten, dass die Spieler fertig werden. Buff. Boah. Eure Antworten hier bei der Publikumsfrage ist auch gut. 80% aus Bratwurst. Finde ich super. Ähm, das Schlimmste... Geil. Oh, das ist schon gut. Die scheiß Autokorrektur. Jawohl. Ach, wie sieht... Ach, wie sieht... Das ist schon mal der Zuschauer an. So... Beeilte euch! Benutzt eine Notfallcrip, wenn euch nichts einfällt. lost sein. 80% lost sein. Oh, Mann. Mal sehen, wie ihr euch angestellt habt. Ich hab ganz verrückte Sachen gerade geschrieben. Oh, Mann. Okay, stimmt jetzt für euren Favoritennamen. Sepper, der Judelmeister. Sepper, man. Wie heißt das Game nochmal? Kuiplash 2 heißt das. Von Jackbox Party Pack. Kuiplash. Oh. Oh, ne? Also. Der nackte Schorn. Achtung, es ist nicht Alex. In unserer Liste. In der Zukunft erledigen Roboter alles für uns. Außer... Dreht eure Stimme an. Gleiche Gedanken, ja. Das ist nicht einfach. Elf Leute aus dem Publikum. 30 fast abgestimmt. 50. 60. Ihr könnt weiterhin... in den Chatzeugen sind. Oh, was heißt das? Das ist aber Bonus, Leute. Danke. Das sind doch alles live Rieneslein hier. Rieneslein, ja. Weiter geht's. Wir haben Keywords. Zeitpunkt, um den Auslöser einer Kamera zu hören. Okay. Zeit für die Abstimmung. Hör, wieso? Oh, Mann, ey. Vorne oder hinten ist die Frage. Boah. Das war's, ey. Ich komm heut nicht mehr zu Pottel hier. der nächste bitte weil das anwalt nettes zu dir sagt während er dich um das war eindeutig das versauteste an sex im 19 jahrhundert kann man sich dem voting enthalten da merkt man schon der abend wird ein bisschen später schon sieben nach sieben ja sandmann ist schon durch jetzt überholt jetzt aber versteht ihr das mit dem kuh nicht weil früher war wurde das doch historische stunde heute so wir bekommen alle den gleichen formt okay er findet eine ganze phrase die zu diesem akronym passt abkürzung quasi also was könnte diese abkürzung bedeuten quasi wir sind ja auf twitch ich muss aufpassen was ich hier schreibe vorerst gar nicht so einfach das ist echt schwer das ist echt schwer ich habe kein art das ist ganz schlecht acht sekunden noch vor ich hab nur acht sekunden lasst euch zeit nein oh wichtig ihr müsst medaillen vergeben ich glaube man muss jetzt drei plätze belegen also gold mit gold medaille also der beste gewinnt jetzt erst mal als erster zwei kann ich vergeben wer war hier so unkreativ hat rennen du sau aus dem chat kopiert dann war ich der unkreative hervorragend dann sehen wir uns mal an wo wir nicht genommen und jetzt das gold das ist aber knapp hier oha rennen du sau nehme ich mit oh knapp oh what ja ja stahlrusse gewinnt ey das ist glaube ich gut und der endstand wartet moment moment oh kurz ist reich das zweite spiel auch noch er macht zeit unglaublich oh vorbeigezogen oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020